Musik Jetzt haben wir den kompletten Satz Versum Solo. Der Klang sollte jetzt wesentlich feiner, runder, edler werden. Wir behalten natürlich dann die Klanggröße, das Volumen. Aber wir spüren diese ruhige Note im Klang jetzt. Der Klang wird noch reicher. Also das Spielgefühl ist, als ob man noch mehr an Möglichkeiten hat. Man spürt irgendwie Zügel in der Hand. Man kann es schön formen. Und was sehr fein ist, man kann sehr stark in den unteren, feinen Bereich gehen, ohne diese schöne, cantable Kantequalität zu verlieren. Musik Also man merkt, wie die A-Säte sich jetzt eigentlich wieder verändert. Wir haben nicht mehr diese, sagen wir, fast scharfe oder direkte Kante. Wir haben jetzt einen runden, feinen, edlen Klang mit einer sehr runden und vollen Note. Musik Musik Also, breit, reich. Was sagst du, Bernhard? Die C-Seite braucht ein bisschen Zeit. Das kennen wir, wenn sie neu ist, dass sie sich noch mehr öffnet. Man verändert vor allem auch die D-Seite, was bemerkenswert ist. Also sie kriegt noch eine feinere Präsenz, ohne dass sie irgendetwas verliert. Die A-Seite kriegt den Körper dazu, den du irgendwie so beschrieben hast, der notwendig ist, um das Ganze zu einem Satz zu machen. Das ist meine Beobachtung hier. Und es stimmt, die C-Seite, die wir hier entwickeln, wird tatsächlich immer kerniger, immer, sagen wir... Es ist hier etwas anders als bei der Spirochor-Seeseite, die ein paar Tage braucht, um etwas runder zu werden. Diese C-Seite braucht ein paar Tage, um sich sozusagen noch zu öffnen und freier zu werden, auch in der Ansprache. Und dann setzt sich das Ganze zu einem doch ideal ausgewogenen Satz zusammen. Das gibt viele. Spielt uns ein bisschen was vor. Musik 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 Ein reicher Klang. Danke.